der eine truck tanken da denkt aber ganz schön in der seile war so wie kalli in seinem stuhl und älter aus ist der besitzer heisenberg was war das heisenberg hast du ein paar flüge hast du noch ein paar roter blätter dabei schwierig weil das macht denn nicht ich habe nicht getrüppelt das geht nicht gut aus das könnte das auge gehen also ich habe geld mit alles bereit weil ich prestigige darum sind ja ist also ein bender also poppistisch easy easy des volks der pika hast du lachst in haus machen wie bist du da reingesäbelt guck mir bei filmen da bm 900 soo o gott 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 starker die starker die starker die stadt und dann aussteigen ich hatte auch so richtig steuerung freigegeben und die kero wollte aussteigen so erst mal hier ordnungsgemäß eine gefahrenstelle ich weiß nicht wie das geht so und war schlecht er will sich auch er zähne halte wir haben jetzt zwei fosten gegen den roten und den gelben welchen fosten jetzt wiederbeleben bau mal jetzt direkt ein zelt auf mach mal hardcore alles klar warte wird gemacht ich hab das auto mal abgesperrt schon gero baut seine karre ein ich will jetzt wieder achtung er könnte ein bisschen aggressiv sein weil er hatte schon locker zwei minuten nichts gefuttert jungs ich nehme den meisten sich an weil ich weiß ja wo er liegt hallo oh scheiße der schinken ist auch mal in eine tastatur gefallen saudi sohn äh verpest dich du ansonsten guck mal wie er einfach abwappt ey das ist vorsichtig das ist rp flucht die auto ist doch total kaputt das ist rp flucht das geht zum mord tschuldigung vorsichtig guter mann saudi ich hab hier extra alles abgesperrt mein schönes sperrmann nein nein so wo ist er denn am tankstellen shop den hole ich mir jetzt jetzt der ist in die sporti drinnen den kriege ich vielleicht müsste vielleicht zwei löser aufheber den kriege ich Patrios, hau nicht ab, ich krieg dich auch sooo. Da ist er doch. Der schafft das eh nicht, unfallfrei da hochzufahren. Nee. Safe bis George, dann macht der Safe zwei Bums. Ah, dein Maul. Alter, ist das wieder geil. Patris, wie wär's mit Schwerfen und hochheilen? Nein. Jetzt ist der Kuh, halt mich da hoch. Alter, echt jetzt? Echt jetzt? Aber ich bin doch dein Bruder. Ja, schön. Ja, also ich hinde mich da eh wieder auf. Du baut gleich eh Safe und Bums. Ja, süß. Guck mal, zack, da ist schon die Laterne. Ich hab noch gar nichts mitgenommen, das kann ich auch viel falsch. Er wird halt einfach verfolgt hier. Jetzt noch nicht vor dir aufgestanden. Auf mir da rumrutscht, Alter. Ich kopf jetzt an, wie ich hier am Grinden bin, Jungs. Du kannst halt durchdrücken, Shift hier. Oh, das war aber knappiger. Oh, das war auch... Oh, das war auch... Oh Gott. Guck's dir an. Ah, den junger Gott. Du bist dich, das ist meiner. Oh, da steig jetzt einer. Das ist jetzt der Weg, das... Oh Gott. Alter, Patrick... Patrick ist fein. Alter, wow. Easy, guck mal. Gero ist Ehrenmann. Gero ist... Jetzt zu. Jetzt zu. Ah, zu schnell. Oh, ich war zu langsam. Das tut mir lang. Das geht zum Morgen. Das geht zum Morgen. Alter! Ach, du Scheiße. Ich darf mich wie so ein Bastard. Wo ist die nächste Leiter hier? Es gibt noch keine. Doch da gar nichts. Ja, Heisenberg, ab in den Hummingbirds und Wasserrettung. Auf geht's. Oh Scheiße. Der Schinken ist auf meine Tastatur gefallen. Sound Resume. Heisenberg. Ich komme, Gero. Heisenberg, wo ist hier der M100? Danke. Heisenberg, wenn ich jetzt da hinten hinschwimmen, wenn ich da rauskomme, ich das verbunden habe, ne? Und du da immer noch stehst. Bei Gott. Schnell auftauchen, Herr WC. Danke, Herr Kollege. Blub, 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 blub. Nimm doch mal die Pöbel aus dem Mund. Oh, was der Abfall. Es bleibt, wenn ich hier rauskomme. Egal, wo du bist, ich werde hier nicht reinfliegen. Egal, wo du bist. Ich krieg dich doch. Du hast keine Chance. Ich werde so nicht reinfliegen. Das brauchst du gar nicht. Du bist ja nicht. Hahahaha. Hey, was ist das denn jetzt? Und? Alt F10. Aaaaah. Hör.